Genug aufgewärmt! Bereithalten für den Einsatz im Kriegsgebiet! Ich spiele mit allem jetzt nicht. Das komische ist, mal hört man es, mal hört man es nicht. Das ist ja das komische. Er ist ja genau hinter dir. Er muss ihn betreffen. Er muss ihn betreffen. Er muss ihn betreffen. Wenn er mit Toten stille kommt, okay. Aber er ist nicht mit Toten stille. Er kommt wirklich raus. Battle Royale! Wähle einen Einstiegspunkt für dein Team, Soldat! Das Gas meint! Schnell in die Sicherheitszone! Kopfgeld auftritt! Geht zu! Ach so Mann, also es war komplett ruhiger. Oder ich habe mich mal wieder auf die Vorderlänge zu sehr konzentriert. Ja, aber du musst ja etwas mit der Schulter hören. Eigentlich ja. Ich muss halt die Sammlung zu tun. Ja! Dein Primärziel ist es, die alle zu töten. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten. Das ist eine Schuss. Das ist ein Schuss. Ich kann das. Das ist ein Schuss. Ich muss es, die Schuss. Ich kann das nicht sein, was ich sicher. Was ist das? Das ist das. Ich kann das. Ich kann das. Also, es ist das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Geld gehört uns Feindliches Team, verfolg deine Position Da kann ich es jetzt aber nicht aufs Dach werfen Wohl jemand dieses Objekts Ausrüstungslieferung ist unterwegs Das Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet, gut gemacht Verbündete Drohne ist in der Luft Radarsuche wird gestartet Kopfgeldziel identifiziert Bringt das Schwein zur Strecke Brauchst du eigentlich noch Panzerung? Nein Ich habe nämlich eine Panzerungskiste Ich werde es aber trotzdem droppen Ich habe sonst nichts außer am Körper Ja bewegt dich mal Wir sind alle in der Sicherheitszone Das Fenster sehe ich ihm nicht Am Herzen habe ich ihn drauf Noch einer oder? Zieht nach nur einem aus Aber wenn sie knapp beieinander stehen Glaube ich sieht man das nicht, oder? Ja, nochmal schon Ich gehe mal näher ran Feindliche Drohne über uns Ich glaube es ist nur einer Ja, er schaut raus Aber da freue ich mich, wie kommt der ich jetzt wohl? Ich bin auch nie gegangen Das ist der Gulag Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden Leider Open Field Ja, das war Allein dieses Leider Open Field Wir sind mich schon Eskalogen, lass mich schon Ich bin Man kann nicht leider Man kann nicht leider Ist ja wurscht Open Field ist Open Field Ob getugt oder nicht getugt Wenn einer rauscht, dann bist du tot Ja Das nenne ich mal Dein Düsseldorf Hör zu, Soldat Wenn du hier gewinnst Geht's wieder an die Front Aber wenn du verlierst Du bist dran, Soldat Zeig diesem Mistkerl Wo der Hammer hängt Platziere Ladungen Du hast da drin was abgekriegt Wir bringen dich ein Platziere Ladungen Hat dein Team genug Geld Kann es für deine Befreiung bezahlen Verbündete Drohne ist in der Luft Radarsuche wird gestartet Feindlicher Präzisionsluftschlag In Deckung Okay, jetzt hab ich mich nicht auf das Konzentriert Auf das Fahrzeug Auf welches Fahrzeug? Und auf den Luftschlag Luftschlag, ja Was ich da zum Luftschlag war? Nein Danke Gasmaske Gasmaske entdeckt Zurück in den Kampf Dinge, die ich dir jetzt sag Du bist genau hinter mir Kannst genau nichts machen Ausrüstungslieferung ist unterwegs Bereit halten für Koordinaten Das Gas breitet sich aus Neue Sicherheitszone gefunden Das ist genau unter dir Ja Werde beschossen Setze einen Sammeltung Jetzt hat mich der zweite Kurs Ich bin auf deiner Seite Im Endeffekt, weil ich gestorben bin Hat uns das Team geholt Ich weiß nicht, wie du gestorben bist In einem Raum, wo du einmal reinfangen Ohne den Schaden hinzugefügt zu haben Ich wollte da auf dem Fenster rausschauen und markieren, wer mich da gehittet hat Und dann ist er schon gekommen Warum willst du einen draußen bekämpfen, wenn er bei uns ist? Erklär es mir Weil er da draußen ist Ja, aber er muss von draußen reinkommen, oder? Ja Wer hat dich geholt? Der von drinnen Warum ist der noch in keinem Fall gewesen jetzt? Doch, aber ich war abgelenkt durch den draußen Ja Wenn man sich von einem draußen ablenken kann Dann muss doch das ganze oben fielen, wenn er zu uns kommen will Ohne den Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe eine Gasmaske. Ich habe eine Gasmaske. Ich habe eine gekauft. Ich lege die Klee ab. Okay. Na egal. Okay. Okay. Na. Sag mal wirklich. Wie? Aber das sind Dinge. Wir spielen die vierte Klee und du weißt nicht, wie man Gasmasken kauft. Ja das schon, aber wie man sie droppt nicht. Warum droppen? Kauf einfach eine zweite. Kauf einfach eine zweite Gasmaske. Was passiert automatisch mit einer Gasmaske, wenn du nur eine tragen kannst? Hast du getroppt? Ja. Was passiert, wenn du zwei Drohnen kaufst? Wird auch eine getroppt. Ja. Dann was brauche ich dir da erklären? Nein. Ich hatte anscheinend nur Geld für eine. Du hast noch immer 300 und 300 kostet eine. 600 hat sie gekostet. 300. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ja. Aber du hast dir dann dazwischen noch was gekauft. Danach. Nein. Das Geld hat das schon. Du bist mit 1.200 oder 1.500 gekommen. Sonst hätte ich dich nicht gefragt, ob du mir auch eine kaufst. Wenn ich wirklich mit so will. Aber ich habe nur eine Gasmaske und das gratis selbst dabei gekauft. Ich bin mal ein anderes mehr gehabt. Das hätte ich dir nicht gefragt. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Weil sonst hätte ich es ja kaufen können das zweites Mal. Aber du hättest die Panzerplatten kaufen können. Ja. Oh. Hast du eigentlich Geist? Ich habe keinen Geist. Du? Ja klar. Ich habe meine Waffen geholt. Dann bleibe ich ein bisschen weg von dir. Feindliche Drohne über uns. Was ich halt nicht verstehe warum du deine Waffen nicht geholt hast. Ja mit der Maske hätte ich es dann noch holen können. Aber das habe ich dann nicht mehr gedacht. Das Gas bereitet sich aus. Aber du bist so lange mit dieser Gasmaske. Ich habe gesagt, kommt mir eine Gasmaske. Ich habe gesagt, kommt mir eine Gasmaske. Ich habe ihn nur so durchstanden. Ja. Weil ich eben geschaut habe, wie das... Oh, das geht und so. Ok. Brezi. Habe ich. Auf dich? Nein. Eingesammelt. Da drüben ist er noch. Da bewegt sich was. So, ich habe ihn dorthin geschmessen. Ok, jetzt hüpft er. Wegpunkt Koordinaten bestätigen. Ok, da habe ich keine freie Sicht. Und dort wo ich bin. Feindliche Fußpatrouille. Habe ich ihn gemacht da oben? Zeige Wegpunkt an. Ziehst du da oben hin oder nicht? Nein. Und was machst du da aber? Na ganz ehrlich, was hast du dann gemacht? Wenn du eh nicht hinsiehst, was machst du dann? Nein, ich habe geschaut, ob sie vielleicht runterspringen oder so. Wenn du es nicht siehst? Erklär mir, wie willst du auf er schießen, wenn du es nicht siehst? Sie. Ja, wo sind sie? Sind sie draußen oder drüben? Setze einen Sammelpunkt. Aber nicht in der Tür. Als letztes habe ich ihn auf der... Ich will einfach nur wissen, kann ich rauf gehen oder kann ich nicht rauf gehen? Er snapt gerade auf mich, ja. Ich könnte ihn präzise setzen, also Ablenkung. Ja, hätte ich schon nix machen können. Luftschlag, Freigabe für den Angriff. Hier ist Striker 3-1, alles klar. Luftschlag im Anflug. Schüsse daneben. Ja. Kontakt. Fein. Von den 2 Türmen. Von den 2 Rumpentürmen. Bestätige. Ja. Kontakt. Fein. Von den 2 Türmen. Von den 2 Rumpentürmen. Bestätige. Wie viel besser. Viel besser. Ich schaue, dass ich zu meinen Dosen runterkomme und dann sich irgendwie unterstützen kann Das Gas nähert sich dir! Feindliche Drohne über uns! Greift sich jemand, die Kleinkalibrige ignoriert das! Wer braucht diese Gasmaske? Ist der noch oben? Obertier? Na, auf dem Gebäude oben, wenn er von oben nicht angeschossen hat Ich sehe niemanden, ich weiß aber nicht genau von welchem Gebäude Von welchem? Nein, weil von dort bin ich ja gekommen, oder? Ok Nein, da sehe ich derweil keinen Wie gesagt, du fragst mich halt immer Sachen, wenn sie viel zu spät sind Ich könnte den Brezi dorthin werfen, dort wo ich schon oben bin und schon einen genockt habe Und da habe ich schon runtergesprungen Du siehst, ich will pushen Du siehst, ich will pushen Anstatt dass du einfach setzt Oh, das wartet los Das Gas verbreitet sich Schnell in die neue Sicherheitszone Du hast es unter die besten 25 geschafft Nicht schlecht! Ausrüstungslieferung ist unterwegs Ok, das ist Ok, das ist Nice Müsst du zuerst welche abheben, die hinter uns kommen, oder? In die Zone weiter Ich warte nicht Ich warte nicht, ob hinter uns Ich warte nicht, ob hinter uns Zeitliche Fußtankur hier Zeitliche Fußtankur hier Wir drücken uns nochmal am Dach Ich werde betauschen Am gleichen Dach, wo wir den holt haben jetzt Ja Und du bist unten, ok Ja Ok Müsst du mich auch runter? Ich bin ein bisschen weiter weg Auch mein Geist Mit dem aufwinkend geist Ok, jetzt Feindliche Drohne über uns von links von links kontakt werde ich geschossen von hinten hinten also jetzt vor dir quasi die ausrüstungslieferung ist halt überhaupt nicht jetzt vom berg runter vom berg kommt er rauf ja, nein, du bist nur gerollt du bist nur gerollt das war in der Kraft da draußen zurück zur Basis für die Ansatzbesprechung